Die Fragetechniken sind ja richtig klasse. Du übrigens, die kenne ich schon. Da war jetzt nichts Neues dabei. Natürlich ist nichts Neues dabei. Meinst du denn wirklich, ich erfinde neue Fragetechniken? Ich heiße dich ganz herzlich willkommen hier auf meinem Kanal Genial Reden. Und wie immer geht es hier um Rhetorik, Kommunikation und wie wir besser miteinander reden. Und dazu gehören die Fragetechniken. Und es geht darum, ich werde hier nichts Neues erfinden. Ich behaupte, 99% in der Rhetorik sind schon vor 2000 Jahren abschließend behandelt. Es gibt immer noch mal Stellschrauben. Ja, du machst mal hier was besser, machst du mal da was besser. Aber das meiste gibt es doch schon. Übrigens, wenn du in deinem Alltag bist, wir erfinden nichts mehr neu. Es gibt alles schon. Nur, wenn du sagst, die Fragetechniken kenne ich, da musst du sie auch können und dann noch umsetzen. Diese Fragetechniken, die du in dem Link bekommst, ich mache dir hier mal oben eben schnell die Playlist rein. Jetzt habe ich es. Die Playlist-Fragetechniken, da hast du ganz viele Fragetechniken. Und wenn du noch einen aufsatteln willst, geh mal in den Online-Kurs Fragetechniken. Ich sage dir, du wirst dort ganz schnell reinkommen, dass die Fragetechniken dir einfach ein noch besseres Leben bescheren. Wenn du gut in Fragetechniken bist, wirst du Folgendes erreichen. Du wirst mehr Kohle haben, bin ich absolut von überzeugt. Du wirst ein besseres Leben haben, du wirst eine bessere Beziehung haben, du wirst einfach einen besseren Umgang mit Menschen haben. Weil es passiert Folgendes. Durch Fragen schiebst du nicht mehr dich in den Vordergrund, sondern die andere Person steht im Vordergrund. Dadurch, dass du Fragen stellst, passiert eins. Es kommt, sag mal, okay, wie genau hast du das geschafft? Wow, klasse. Wie genau hast du das umgesetzt? Aha, und jetzt passiert was. Die andere Person wird empor gehoben und du nimmst dieses Wissen und hebst dich gleichzeitig mit empor. Stell in deinem Leben mehr Fragen, als dass du argumentierst, anstatt du redest. In dem Moment, wo du Fragen stellst, wirst du merken, du wirst viel mehr bekommen, als du gibst. Unglaublich. Es ist wirklich so. Ich hatte gerade ein Gespräch mit einem neuen Coachie. Und du musst dir vorstellen, wir haben zwei Stunden gesprochen. Und wenn ich sage, wir? Ich nicht. Ich habe nur Fragen gestellt. Die Person hat gesprochen, gesprochen und gesprochen. Und dann? In dem Moment, wo wir rausgehen, sagt sie, ach, weißt du was? Wir haben uns aber toll unterhalten, wirklich schön, habe ich lange nicht mehr gehabt. Entschuldige bitte. Wir haben uns nicht unterhalten. Ich habe ein paar Fragen gestellt und dann ist der Wasserfall einfach immer gelaufen. Unglaublich. Nur durch Fragen. Und ich habe so viel aus diesem Sprich rausgezogen, dass wir jetzt ein grandioses Coaching aufbauen können. Ich werde dir hier nochmal verlinken, das Thema 6 Wochen Rednercoaching. Wenn du da Bock drauf hast, guck es dir mal an. Weil ich sage dir, ich habe jetzt einige im Coaching gehabt. Was da für Erfolge kommen, sage ich ehrlich, ich habe damit nicht gerechnet. Was diese Coaches erreicht haben in ihrem Leben, in ihren Zielen. Wahnsinn. Also ich habe immer gesagt, ja, du wirst in diesem Coaching richtig viel erreichen. Du wirst ein richtig guter Redner. Aber dass diese Ergebnisse kommen, nein, habe ich nicht mit gerechnet. Freue ich mich natürlich ungemein, dass das so gekommen ist. Aber muss ich deutlich sagen, da habe ich unterschätzt, was für Möglichkeiten es da gibt. So, wenn du jetzt sagst, ja, interessiert mich, guck gerne mal auf meine Internetseite www.mr-rhetorik.de und dann kümmere dich als erstes um die Fragetechniken. Mit den Fragetechniken wirst du es erreichen, dass du noch viel besser lebst, dass du noch geilere Ergebnisse in deinem Leben hast und, ja, dass es einfach noch schöner ist, durch dieses Leben zu gehen. Denk bitte dran, abonnier den Kanal, wenn du sagst, ja, das ist es. Gerne auch die Glocke drücken und, weißt du was, wir machen Feierabend. Wir wollen immer so bei 5 Minuten maximal bleiben. Wir sind bei 4 Minuten und ein bisschen. Und ich wünsche dir jetzt einen wunderbaren Tag. Hab eine gute Zeit. Bis dann.